Achtung, ein wichtiger Hinweis. FITUF Media verwendet ausschließlich Zahlen von öffentlichen Institutionen. Die aktuellen Fallzahlen entnehmen wir aus dem Dashboard des Robert-Koch-Instituts, der Bundesregierung, dem LGL Bayern, den Gesundheitsämtern, sowie Landratsämtern der Regionen, über die wir berichten. Die Zahl der Intensivbelegungen entnehmen wir aus dem DIVI-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts. Alle anderen Berichte stammen aus öffentlichen Quellen, Pressemitteilungen und Presseanfragen. Wir möchten unsere Zuschauer bitten, sich immer eine eigene Meinung zu bilden und selber zu denken. Und wer unseren Kanal und unsere Tätigkeit unterstützen möchte, findet alle Informationen in der Kanalbeschreibung auf YouTube oder Odyssey. Wir sagen herzlichen Dank hierzu im Voraus. Schaut auch zu uns in den Telegram-Kanal, informiert euch, tauscht euch aus unsere täglichen Sendungen sowie Sondersendungen. Die findet ihr auch auf der kostenfreien Plattform Odyssey. Ihr findet Free Truth Media auch auf Facebook, auf D-Live. Da gibt es unsere Live-Übertragungen. Und wer mit uns in Kontakt kommen möchte, der schickt uns eine E-Mail an free-trough-media-at-gmx.de Hallo zusammen, es ist Freitag, der 14. Januar. Herzlich willkommen hier bei Free Truth Media und noch einmal in dieser Woche wie gewohnt für euch. Alles rund um die Corona-Zahlen, Daten und Fakten. Und auch heute am Freitag blicken wir noch einmal auf die Gesamtfallzahlen in Deutschland laut dem Robert-Koch-Institut. Hier wird vermeldet, in den letzten 24 Stunden in Gesamtdeutschland 92.223 neue positive PCR-Tests laut dem Robert-Koch-Institut. Ja, und gesundet in den letzten 24 Stunden in Gesamtdeutschland laut dem Robert-Koch-Institut sind 36.500 Personen. Verstorben an oder mit Covid-19 in den letzten 24 Stunden in Gesamtdeutschland laut dem Robert-Koch-Institut 286 Personen. Und hospitalisiert heute Stand 17 Uhr aus dem DIVI-Intensivregister 2.842 Personen deutschlandweit, die an oder mit Covid-19 geimpft oder ungeimpft auf der Intensivstation liegen und dort auch versorgt werden. Und auch hier erkennt man weiterhin, der Trend geht nach unten, was die Belegung betrifft. Ja, und somit heute Tages aktuell positiv getestete Personen in ganz Deutschland laut dem Robert-Koch-Institut 805.400. In Prozent liegen wir bei 0,96 Prozent. Das heißt auch am Freitag 99,04 Prozent aller Bewohnerinnen und Bewohner in ganz Deutschland zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Deutschland liegt bei 470,6 und der Sieben-Tage-Ehrwert liegt bei 1,21. Und wir schauen weiter nach Bayern. Hier vermeldet das Robert-Koch-Institut in den letzten 24 Stunden in Gesamtbayern 13.142 neue positive PCR-Tests und gesundet in den letzten 24 Stunden in Gesamtbayern laut dem Robert-Koch-Institut 4.700 Personen. Ja, und verstorben an oder mit Covid-19 erlaubt dem Robert-Koch-Institut in den letzten 24 Stunden in Gesamtbayern 43 Personen. Und hospitalisiert heute stand 17 Uhr aus dem DIVI-Intensivregister 427 Personen, die bayernweit auf den Intensivstationen liegen, an oder mit Covid-19 geimpft oder ungeimpft. Und auch hier sieht man in Bayern, die Belegung geht weiter zurück. Und somit heute tagesaktuell positiv getestete Personen in ganz Bayern laut dem Robert-Koch-Institut 105.600. Im Prozent liegen wir bei 0,80 Prozent, heißt auch in Bayern 99,20 Prozent aller Bewohnerinnen und Bewohner in ganz Bayern, zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen. Und die Sieben-Tage-Inzidenz für Bayern liegt bei 473,1. Ja, und natürlich auch heute widerstehen wir das Robert-Koch-Institut gegenüber dem LGL in Bayern. Deswegen betone ich auch immer, dass die Zahlen, die als erstes auf den Dashboards kommen, die des RKI sind. Das muss man heutzutage schon betonen, denn da gibt es immer verschiedene Differenzen. Deswegen hier der Transparenzbericht des LGL in Bayern. LGL für alle, die neu dabei sind. Das ist die Institution in Bayern, wo alle Gesundheitsämter von Bayern ihre Zahlen hinmelden. Und das LGL meldet diese dann ans Robert-Koch-Institut weiter. Und was das Robert-Koch-Institut eben immer als neue Zahlen vermeldet, das wird hier extra aufgeführt, nämlich unter der Rubrik Nachmeldungen. Und das ist immer ganz wichtig, dass man das auch ein bisschen besser einordnen kann. Ja, und so auch heute wieder 13.142 neue PCR-Tests laut dem Robert-Koch-Institut in Bayern in den letzten 24 Stunden. Tatsächlich sind es 9.461, denn wir haben heute in Bayern unschlagbare 3.938 Nachmeldungen und 127 Erlöschungen der Fallzahlen. Die Nachmeldungen können zurückliegen, zwei Tage, das kann aber auch mal Wochen oder bis zu Monaten zurückliegen. Das haben wir auch schon hier in der Sendung gehabt. Ja, und auch bei den Personen, die an oder mit Covid-19 verstorben seien, gibt es große Differenzen. Das Robert-Koch-Institut spricht heute von 43. Tatsächlich sind es in Bayern aber vier Personen, die an oder mit Covid-19 in den letzten 24 Stunden verstorben seien, denn wir haben in Bayern heute 42 Nachmeldungen und drei Löschungen. Und hier sieht man schon, dass es immer eben eine große Differenz gibt. Und was das Robert-Koch-Institut als aktuelle Fälle ausweist, ist eben dann auch oftmals eine Nachmeldung. Der Zeitraum, wann die zurückliegt, das ist schwer zu eruieren und vor allem sehr aufwendig. Aber so haben wir zumindest mal einen Überblick, wie das dann tatsächlich von den Zahlen her ausschaut. Ja, und jetzt schauen wir noch auf die Divi-Karte. Nämlich auch immer ganz interessant, mal das im Wochenvergleich zu sehen. Der Anteil der Covid-19-Patientinnen und Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten. Und da liegen wir heute am 14. Januar, Stand 17 Uhr, in Bayern bei 13,3 Prozent, im Nachbarland Baden-Württemberg 16,3 Prozent. Wie kommt es zu der Zahl? Das sind die Personen, die an oder mit Covid-19 auf der Intensivstation liegen. Das ist ganz wichtig. Der Einlieferungsgrund kann ein ganz anderer sein. Wenn aber dann ein positiver PCR-Test obendrauf kommt, dann geht man eben in diese Zahlenstatistik mit ein. Das heißt, als Erstdiagnose ist dann immer eben dieser positive PCR-Test, Schrägstrich Covid. Also auch hier der Trend geht zurück. Und jetzt schauen wir natürlich noch mal, was war letztes Jahr am 14. Januar los in Deutschland auf den Intensivstationen. Deswegen der Vergleich der allgemeinen Belegung der Intensivbetten. Vor einem Jahr, am 14. Januar, hat man deutschlandweit 20.726 Intensivbetten belegt. Und ein Jahr später, am 14. Januar, sind es 19.265. Das ist die allgemeine Belegung der Intensivbetten. Sind nicht nur Covid-Fälle, sondern wirklich alle Fälle gesamt. Also auch hier sieht man deutlich, dass wir dieses Jahr trotz Omikron eine niedrigere Belegung auch heute haben. Und auch die freien Betten im Jahresvergleich. 14. Januar 2021 hat man deutschlandweit 3.459 freie Intensivbetten, Intensivkapazitäten. Ein Jahr später, am 14. Januar, sind es 3.042. Schauen wir auch noch kurz auf die Notfallreserve. Da waren es am 14. Januar 2021 10.275 freie Notfallbetten, die man relativ schnell hätte aktivieren können. Und ein Jahr später sind es 8.159 Betten am 14. Januar. So hatten wir mal den Vergleich. Also niedrigere Belegung, aber dennoch weniger freie Betten. Die Gründe kennen wir mittlerweile eventuell. Und jetzt schauen wir auch heute noch mal auf die Gesamtzahl der PCR-Tests. KW1 laut dem Robert-Koch-Institut. Ihr habt nachgefragt. Natürlich im Wochenbericht war das mit drinnen dabei. Also in der ersten KW 2022 wurden deutschlandweit 1.488.511 PCR-Tests durchgeführt. Die positiv getesteten davon waren 340.114, positiven Anteil von 22,85. Und die übermittelnden Labore waren 207. Hier muss man aber auch wieder dazu sagen, wie viele jetzt noch nicht ausgewertet sind, weiß man nicht. Denn das vermeldet das Robert-Koch-Institut nicht mehr. Das haben die letztes Jahr irgendwann eingestellt. Aber so hat man mal einen Blick. Also man sieht, die Testanzahl ist unwahrscheinlich in der ersten KW nach oben gefahren worden. Aber das ist ja auch kein Wunder. So, das war es von den Zahlen heute für den 14. Januar. Und jetzt schauen wir zusammen noch in die Meldungen. Ja, und heute war es mal wieder soweit. Bundespresse-Konferenz in Berlin. Ja, Drosten, oder habe ich ein N vergessen, macht aber nichts. Drosten, Wieler, Lauterbach, die drei von der. Ja, könnt euch selber heute ausdenken. Auf alle Fälle gehen wir in eine neue Phase der Pandemie, laut den drei. Und so sehen Lauterbach und Wieler die aktuelle Corona-Lage. Ich habe mir diese ganze Pressekonferenz angeschaut. Und ich muss sagen, es war heute sehr, sehr hart. Denn trotz der oftmals milderen Verläufe bei Infektionen mit der Omikron-Variante gibt es keinen Grund zur Entwarnung. Diesen Standpunkt vertritt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gemeinsam mit dem Chef des Robert-Koch-Instituts, dem Lothar-Wieler. Deutschland tritt mit der Ausbreitung der Omikron-Variante und den stark steigenden Infektionszahlen nach Ansicht von Wieler in eine neue Phase der Pandemie ein. Die reinen Fallzahlen werden weniger entscheidend sein. Wichtiger ist, wie viele Menschen schwer an Covid-19 erkranken und wie stark das Gesundheitssystem dann belastet sein wird, sagt Wieler am Freitag auf einer Pressekonferenz mit Lauterbach und Virologe Christian Drosten. Und wie ihr seht, die Belegungszahlen der Intensivstationen gehen seit Tagen zurück. Aber die Fallzahlen gehen laut dem Robert-Koch-Institut nach oben. Man muss auch immer hier sehen, normalerweise hätte jetzt die Krankenhausampel gezählt. Und da wären wir in Bayern jetzt schon kurz vor Grün. Nur mal so zur Information. Also sie erzählen hier wieder, eben es geht um die Belegung auf den Intensivstationen. Aber es kommt auch noch ein Zusatz dazu. Man muss jetzt auch die Normalstationen beachten. Das klang heute mal durch in der Pressekonferenz. Es war wirklich wieder Drama und Panik. Es ging um Wände. Wände, die sehr hoch werden aufgrund von Omikron Lauterbach. Es ging um Hügel. Also man muss aus den Wänden eventuell Hügel machen. Und wenn man das nicht schafft, dann muss man die Wände nicht so... Leute, ich kann euch ehrlich sagen, da brauchst du schon viel Durchhaltevermögen. Die Hospitalisierungen steigen trotz milderer Verläufe. Das ist eine Überschrift, die ist aber so nicht korrekt. Ihr seht es ja in den Divi-Zahlen jeden Tag. Er warnte allerdings auch, selbst wenn Infektionen durch Omikron insgesamt milder verliefen, durch die Masse an Infektionen, müssen wir uns leider darauf einstellen, dass auch die Zahl der Hospitalisierungen und der Todesfälle natürlich wieder steigen wird. Das ist wieder mal in die Zukunft geschaut. Wieler rief die Bevölkerung erneut dazu, auf sich impfen und boostern zu lassen. Natürlich Impfungen verhindern, nicht unbedingt eine Ansteckung, das ist wahr. Aber sie sind der beste Schutz vor einem schweren Verlauf. Impfungen würden dabei helfen, einer Überlastung des Gesundheitssystems und aller anderen gesellschaftlichen Systeme vorzubeugen. Und Daten aus anderen Ländern sind nicht auf Deutschland übertragbar. Laut den drei Erkenntnisse über die Gefährlichkeit der Coronavirus-Variante seien nicht eins zu eins auf Deutschland übertragbar, weil die Quote von Ungeimpften unter den Älteren besonders hoch sei, sagt Lauterbach am Freitag in Berlin. Er warntet zugleich vor die Idee, dass wir in Deutschland eine Durchseuchung akzeptieren können. Die Zahl der Opfer, die wir dann beklagen müssten, ist ungewiss, ist sicherlich zu hoch. Also auch eine Vermutung, sagt Lauterbach. Und mit Blick auf die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante fügte der Minister hinzu, wir kommen jetzt in ein schwieriges Fahrwasser. Es werde notwendig sein, viele infizierte Menschen zu versorgen. Viele Krankenhäuser und Labore würden an die Belastungsgrenze kommen. Also ihr seht hier anhand auch, wie sie es ausdrücken. Es wird schon wieder ein Fahrwasser, was schwierig ist. Es werde notwendig sein, eventuell kommen die Labore wieder an die Belastungsgrenze. Das alles ist nicht der Fall, aber man plant hier schon wieder vor, denn das Paniklevel soll natürlich oben bleiben. Der Bundesrat hat am Freitag den Weg freigemacht für die neue Quarantäne-Regeln, die nun von den Ländern umgesetzt werden müssen. Dazu zählt auch, dass in wichtigen Wirtschafts- und Versorgungsbereichen im Falle einer Infektion oder als Kontaktperson ein Freitest nach sieben Tagen durch einen PCR-Test oder zertifizierten Antigen-Schnelltest möglich ist. Und Prioritäten für Mediziner bei dem PCR-Test, die zieht man jetzt natürlich vor, auch das Krankenhauspersonal, wenn die einen Test brauchen, um wieder aus der Quarantäne zu kommen. Denn die Labore kommen an ihre Grenzen, so der Herr Wieler und der Herr Drosten. Ja, was haben wir noch? Schwieriges Fahrwasser in Deutschland. Ach ja, ich glaube, das war es jetzt. Das Ziel sei jetzt, ist vielleicht noch ein ganz guter Schlusssatz, aus der sonst zu erwartenden steilen Wand der Infektionszahlen möglichst einen Hügel zu machen oder dass die Wand nicht so hoch ist, sagt Lauterbach. Es sei aber ein Sonderproblem in Deutschland, dass es in der besonders gefährdeten Gruppe älterer Menschen viele Ungeimpfte gäbe. So der Herr Lauterbach. Ach, also wer sich das Ganze noch mal anschauen möchte, findet ihr in der Mediathek. Ich würde euch raten, erspart es euch, aber ich habe mal so einen kleinen Ausschnitt noch aus dieser Pressekonferenz von dem Herrn Drosten. Da erklärt er, was plötzlich in England los ist. Ich nehme es euch mal mit rein, weil es ist, ja, man muss es einfach mal gesehen und gehört haben. Achtung, kommt. Es gibt klare Daten, die eigentlich zeigen, dass eine dreifache Impfung auch die Übertragung verringert. Und zwar sowohl bei der Abgabe des Virus als auch bei der Aufnahme des Virus, wenn man sich infiziert und dreifach geimpft ist. Da ist übrigens besonders deutlich. Und jetzt erhöht man natürlich das durch die laufende Booster-Kampagne weiter. Und es mag schon sein, dass das diesen Tick noch ausmacht. Das ist aber im Moment ganz schwer abzuschätzen. Es läuft natürlich eine Sache dagegen. Das muss man sich auch ganz ehrlich klar machen. Die Schulen sind jetzt wieder in Betrieb gegangen. Das könnte auch dafür sorgen, dass es wieder zunimmt. Und das muss man einfach ganz genau beobachten im eigenen Land. Das können wir auch. Sind die Daten jetzt nicht so schlecht, wie immer gesagt wird. Das kann man schon sehen. Und dann müsste man eventuell auch nachregulieren. Man kann auch in anderen Ländern schauen, wo es ganz krasse Effekte gibt. Also London beispielsweise, die haben eben wirklich eine Wand gehabt mit wenig Maßnahmen. Und jetzt ist das sogar ein bisschen von selbst zum Stillstand gekommen. Das ist so, wenn das eben so ganz schnell hochgeht, dann gibt es so bestimmte Effekte, so Netzwerkeffekte beispielsweise, Gruppeneffekte. Also wenn in ihrem Bekanntenkreis alle das Virus hatten, dann kriegen sie es so schnell kein zweites Mal. Und das stellt sich dann irgendwann ein. Und auch da können wir das beobachten. Also da geht die Inzidenz jetzt eindeutig runter. Da wurden aber jetzt auch natürlich die Schulen wieder geöffnet. Jetzt schauen wir mal in drei Wochen, ob es dann wieder hoch geht oder ob es stabil bleibt. Also es gibt schon sehr klare Indikatoren, die man anschauen kann. Und ich glaube, das ist einfach die bessere Antwort auf so eine Frage, dass man ja nicht die Zukunft voraussehen kann, aber dass man auch nicht komplett im Blindflug ist. Sagt der Herr Drosten heute in der Bundespressekonferenz, ja unerklärlich in England, die haben null Einschränkungen oder zumindest null möchte ich jetzt nicht sagen, aber also ich sage mal ein Bruchteil von denen, was es bei uns gibt. Fast identische Impfquote, 70 Prozent ungefähr. Und ja, da gehen plötzlich die Fallzahlen zurück. Man kann sich das gar nicht erklären. Aber auch hier wieder die Warnung, die Schulen gehen auf. Wir schauen mal aktuell nach England. Ja, 18.15 Uhr, als ihr seht, sehr aktuell. In Großbritannien verzeichnen die Behörden 99.652 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Damit sinkt die Summe der Neuinfektionen der jeweils zurückliegenden sieben Tage um 29,5 Prozent. 270 Menschen starben, die innerhalb der vergangenen 28 Tage positiv auf das Virus getestet wurden. Und die Summe der Todesfälle der zurückliegenden sieben Tage steigt nach den grassierenden Neuinfektionen der vergangenen Woche um 67 Prozent. Aber ihr seht hier, die Kurve geht steil nach unten. Also die Wand ist plötzlich keine Wand mehr. Das ist jetzt eben dieser Hügel, obwohl man eben nicht so viele Einschränkungen macht, wie wir in Deutschland hier haben. Und ja, die Erklärung bleibt erst mal aus. Aber nur damit man mal sieht, der Rückgang der Zahlen bei fast identischer Impfquote und man muss dazu sagen, England war oder ist Omikron-Hotspot. Also von daher das nochmal so zum Vergleich, damit man das auch mal sieht. Und dann ja, es geht jetzt um ein Thema und zwar um die Inzidenz der Geimpften und Ungeimpften auf den Intensivstationen. Wisstest, die, wie wollte, die Zahlen ja schon lange veröffentlicht. Jetzt haben sie es getan und dazu gibt es auch eine Pressemitteilung. Und ich habe mal die Überschrift genannt, Transparenz oder Augenwischerei, weil man muss ja bei den Zahlen aufpassen. Denn es gibt ja jetzt schon wieder ein Bundesland, das mit falschen Inzidenzen der Geimpften und Ungeimpften ja hier Politik gemacht hat. Und das ist ja jetzt wirklich fast schon täglich, wo es wieder neu rauskommt, dass wieder mit falschen Zahlen Politik gemacht wurde. Interessiert irgendwie gar keinen von den Herrschaften, die das gemacht haben, aber uns natürlich schon. Also das ist die Presseinformation, Daten aus dem Intensivregister. Ungeimpfte machen Mehrheit aller Covid-19-Fälle auf Intensivstationen aus. Das ist die Überschrift. Ungeimpfte machen aktuell den überwiegenden Alter der Covid-19-Aufnahmen auf Intensivstationen aus. Dies zeigen Auswertungen aus dem Intensivregister vom RKI und DIVI, in dem seit Mitte Dezember 2021 zusätzlich der Impfstatus erfasst wird. Hierzu melden alle Intensivstationen in Deutschland mit Akutversorgung täglich bis 12 Uhr den Impfstatus der zum Vortag neu aufgenommenen Covid-19-Patientinnen und Patienten. Die Daten werden nicht personenbezogen erhoben, sondern vollständig anonymisiert erfasst. Das ist die kurze Pressemitteilung. Und jetzt geht man davon aus, okay, Sie machen es jetzt wirklich transparent, aber nein. Der unverständliche Schleier über den neuen DIVI-Daten. Ich bin froh, dass es ein Artikel in der Welt ist, denn wenn es wieder einer von alternativen Medien gekommen wäre, hätten wir gesagt, Verschwörungstheorie, jetzt schwurbeln die schon wieder. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Artikel erklärt, was jetzt schon wieder los ist mit dem DIVI, wie denn jetzt schon wieder gezählt wird. Ihr wisst, LGL in Bayern hat auch falsch gezählt, Söder hat sich interessiert, dann in Hamburg wurde falsch gezählt, ja, und noch in vielen anderen Bundesländern. Und jetzt hofft man, oder hat man gehofft, dass beim DIVI jetzt endlich hier die Transparenz kommt? Nein. Gehen wir mal in den Artikel, er ist sehr wichtig, deswegen machen wir den auch ganz durch, weil das ist natürlich immer so ein Argument, auch wenn man mit jemandem sich unterhält, dass man sagt, hey, das stimmt nicht, da ist keine Transparenz. Es hat lange gedauert, bis Daten über den Impfstatus der Patienten auf deutschen Intensivstationen kommuniziert wurden. Nun liegen sie vor und sie werfen bei näherer Betrachtung mehr Fragen auf, als sie beantworten. Am 2. Dezember telefonierte ich mit Janos Stahmen, dem Gesundheitsexperten der Grünen. Wir sprachen darüber, dass die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, also das DIVI und das Robert-Koch-Institut vom Bundestag per Verordnung aufgefordert worden waren, den Impfstatus Daten der Patienten auf deutschen Intensivstationen zu ermitteln und zwar jeden Tag aufs Neue. Bloß zu diesem Zeitpunkt gab es die Daten noch nicht und die DIVI hatte mir mitgeteilt, bis zur Veröffentlichung würde es noch etwas dauern. Eine Deadline gebe es nicht. Dahmen sagte nur, sagte mir am Telefon, angesichts der dramatischen Lage ist eine unmittelbare und zügige Umsetzung dringend geboten. Die technische Machbarkeit ist begrenzt aufwendig. Er machte auch eine unmissverständliche Aussage dazu, wie die Informationen aufbereitet werden sollten. Es ist ganz klar, wir brauchen tagesaktuelle Daten, sagte Dahmen. Also da hat der Redakteur eben mit dem Politiker der Grünen telefoniert oder gesprochen und dann geht es weiter. Es zogen in der Folge sechs Wochen ins Land und ja, sechs Wochen, in denen ich selbst, linke Fraktionschef Dietmar Bartsch mir gegenüber oder der langsamen Implementierung der Daten echauffierte. Kurz vor dem Jahreswechsel forderte er in Welt am Sonntag die sofortige Herausgabe der Daten. Es passierte nichts. Die DIVI ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, teilte mit, bis Mitte Januar werde nichts veröffentlicht. Die Datenbasis müsse erst gefestigt sein. So war mal jetzt das Rübe untenüber und dann gute Nachrichten. Nun sind die Daten da. Bekannt gegeben am Donnerstag per Pressemitteilung. Darin hieß es, zwischen dem 14. Dezember 2021 und dem 12. Januar 2022 lag der Impfstatus für 8.912 Covid-19-Aufnahmen vor. Das entspricht etwa 90% der in diesem Zeitraum übermittelten Fälle 9.946. Fast zwei Drittel, also 62%, 5.521 Fälle aller Covid-19-Neuaufnahmen mit bekanntem Impfstatus waren ungeimpft. Rund 9,6% also 856 Fälle wiesen einen unvollständigen Immunschutz auf, genesen ohne Impfung beziehungsweise Teilimmunisierung. Über ein Viertel Covid-19-Its-Aufnahmen als 28,4% 2535 Fälle hatten einen vollständigen Impfschutz Grundimmunisierung oder Booster. Der Anteil mit Booster-Impfungen lag dabei bei circa 5,8% 520 Fälle. Das ist das, was eben die DVI dann veröffentlicht hat in ihrer Pressemitteilung und die ganz offensichtliche Erkenntnis, die Impfung schützt vor schwerem Verlauf. Gute Nachrichten jubelte auch ich bei Twitter, also der Redakteur des Artikels. Und dennoch auch bei dieser Angelegenheit passt das Vorgehen von DVI und RKI zum chronisch intransparenten und teils dubiosen Umgang mit Corona-Daten in Deutschland. In Sachen Impfstatus ist es etwa so. Mit Johnson & Johnson geimpfte Bürger in Deutschland mehr als 3 Millionen werden von der DVI nicht zu Menschen mit einem vollständigen Impfschutz gezählt. Dabei rechnet selbst das RKI, dass die Impfstatus Ausweisung ja mit verantwortet. Johnson geimpfte in ihrer eigenen Zählung weiter zu den vollständig geimpften. Das ist auch wieder dabei. Rechnet selbst das RKI, dass die Impfstatus Ausweisung ja mit verantwortet. Johnson geimpfte in ihrer eigenen Zählung weiter zu den vollständig geimpften. Okay. Zur neuen DVI zählweise teilt ich mir das RKI mit. Intensivmediziner hätten die Erfahrung gemacht, dass Johnson & Johnson nicht so effektiv sei. Wie viele Johnson geimpfte auf deutschen Intensivstationen liegen, wie groß also die Unschärfe ist, das lässt sich nicht ermitteln. Diese Gruppe wird schlicht als teilimmunisiert gemeldet. Schon mal wieder so der erste, die erste Unklarheit. Was ebenfalls nicht aus der Pressemitteilung bekannt wird, wozu die DVI aber angewiesen wurden, Informationen zu den Altersgruppen, zu Schwangeren und zu den Virusvarianten zu liefern. Informationen, die helfen würden, zu erfahren, wer wie stark von Covid betroffen ist. Warum hält die DVI diese Daten zurück? Ja, was war noch das Anliegen? Fragezeichen. Dann die Sache mit der Gesamtzahl. Die DVI spricht in der Pressemitteilung von 9.946 seit dem 14. Dezember übermittelten Fällen. Jetzt wird spannend. Bloß in diesem Zeitraum wurden nur 6.678 Menschen auf deutschen Intensivstationen aufgenommen. Eine Nachfrage bei der DVI am Donnerstagabend ergab, dass auch Patienten dazu gerechnet wurden, die schon vor dem 14. Dezember eingeliefert wurden. Kliniken hätten diese versehentlich mitgemeldet. Man habe sich zweckstransparenter Darstellung für diese Addition entschieden. Altfälle, die nicht angefragt Zweckstransparenz in den neuen Daten. Warum? Ja, nächste Differenz. Also man hat einfach von vorher noch Fälle mit rein und jetzt sind die Krankenhäuser schuld, die haben es einfach falsch gemeldet. So, zack, jetzt ist es wieder von 6.678 sind wir auf 9.946. Also schon wieder mehr Fälle drinnen, obwohl die schon viel, viel älter sind. Und überhaupt ging es nicht um tagesaktuelle Daten? Fragezeichen. War das nicht das eigentliche Anliegen? Ja, wäre nicht angesichts der Tatsache, dass sich die Omikron-Variante mittlerweile auch in Deutschland durchgesetzt hat, allein diese Informationen wirklich aufschlussreich. Omikron hat die globale Pandemielage grundlegend verändert. Es ist deutlich ungefährlicher als das abgelöste Delta und gute transparente Daten, etwa aus Schottland, deuten daraufhin, dass zumindest Doppelgeimpfte in etwa genauso oft in die Kliniken müssen wie Ungeimpfte. Die Hoffnung ist, dass der Booster einen nachhaltigen Effekt hat. Das ist richtig, habe ich auch gesehen auf der offiziellen Seite in Schottland, da hält sich's die Waage, Doppelgeimpfte sind genauso oft im Krankenhaus. Also, weiter geht's in diesem Artikel. All diese Entwicklungen ließen sich aus tagesaktuellen Impfstatus Daten der Intensivpatienten nachvollziehen und bewerben. Das Schöne ist, die DIVI und das RKI haben exakt diese Daten. Das Schlechte ist, sie wollen sie nicht herausgeben. Via Pressemitteilung wird angekündigt, die Zahlen künftig in den RKI Wochenbericht integrieren zu wollen. Warum? Warum wird wieder einmal ein unverstellter Blick auf die Daten verwehrt? Warum wird der Bevölkerung nicht zugetraut, Rohdaten ordentlich interpretieren zu können? Warum geht in anderen Ländern, was in Deutschland nicht geht? Sehr gute Frage. Und Omikron? Eine weitere wichtige Frage, welche Rolle spielt der Fakt, dass sich Omikron so explosionsartig verbreitet, auf die Frage, wer mit und wer wegen Covid auf den Intensivstationen liegt? In Spanien etwa meldet El Pais am Freitag etwa 40% der Covid-Fälle in den Kliniken seien mittlerweile keine echten Fälle mehr, sondern zufällig positiv getestet worden. Und Christian Drosten selbst sprach jüngst über dieses Phänomen in England. Auch in den USA wird immer klarer, dass viele Covid-Patienten eigentlich wegen anderer Ursachen im Krankenhaus sind. Und Deutschland wirkt Omikron bei uns etwa ganz anders. Warum weiß man da nichts? Herzlichen Dank für diesen Artikel und für diesen Ausspruch. Ich sage es ja immer wieder, die Erstdiagnose wäre wichtig. Warum kommen die Leute überhaupt ins Krankenhaus? Dann werden sie getestet und dann haben sie einen positiven PCR-Test und zack ist dann die Ursache warum sie da sind plötzlich Covid. Also man kann das überhaupt nicht nachvollziehen. wenn jemand mit dem gebrochenen Bein drinnen liegt und zufällig einen positiven PCR-Test hat, dann ist es ja eigentlich kein Covid-Fall eigentlich. Bei uns in Deutschland heißt es dann Covid-Fallzahl und so sind die Zahlen natürlich sehr untransparent. Es ist leider so. Im Ernst, ich aktuell so wie es versprochen war. Wow, die Welt bemüht sich jetzt extra hier mal Gas zu geben und fast nach zwei Jahren sagt man jetzt will ich es genau wissen. Was ich nicht möchte ist dass irgendeine Behörde oder irgendein Verein einen Filter auf diese Daten legt. Vorsortiert nicht nachvollziehbare Falladditionen anstellt. Einfach raus mit den Daten fertig. Wow, das wäre ja nach zwei Jahren diesen Artikel lesenswert ich finde es gut jetzt geht es zumindest mal wieder raus man kann es nachlesen es ist kein verschwurbelter V-Theorie Artikel aus irgendwoher hier in der Welt können das nachlesen und können es auch verteilen und das tolle ist einfach raus mit den Daten und fertig und das machen wir natürlich Wochenbericht Covid-19 Lagebericht vom 13. Januar 2022 hier ein kleiner Auszug aus dem Beschreibung bei mir könnt da draufklicken könnt euch den mal ganz durchlesen sind glaube ich 44 Seiten und da geht es drum Tabelle 5 ist das Impfstatus der Covid-19 Fälle mit Omikron in der Meldewoche 50 2021 bis zur ersten Meldewoche 2022 nach Altersgruppe Datenstand 12 der 2022 also hier ist wichtig der Impfstatus dann eben das nochmal untergliedert zu sehen und zwar symptomatische Covid-19 Fälle davon ungeimpft grundimmunisiert und mit Auffrischung also grundimmunisiert heißt immer zwei Auffrischung ist dann mit Booster 5 bis 11 Jahre symptomatische Covid-19 Fälle 2328 davon umgeimpft 2318 grundimmunisiert 10 doppelt geht noch nicht weil 5 bis 11 wurde ja erst freigegeben 12 bis 17 Jahre 2810 symptomatische Covid-19 Fälle 1294 ungeimpft Achtung 1460 grundimmunisiert und 56 davon mit Auffrischungsimpfung jetzt wird spannend 18 bis 59 27 534 Fälle Achtung jetzt kommt der Hammer 4661 ungeimpft 16 16 1270 grundimmunisiert 6603 mit Auffrischungsimpfung und bei den über 60 jährigen also 60 Jahre und älter 3380 symptomatische Covid-19 Fälle davon 457 ungeimpft 1326 grundimmunisiert doppelt geimpft und mit Auffrischungsimpfung 1597 90 das könnt ihr euch durchlesen es geht jetzt immer so weiter aktuelle Zahlen und Daten und Fakten das ist ja genau das was wir wollen und jetzt sieht man hier mal ja wer liegt wo wie sind die symptomatischen Covid-Fälle wer davon ist ungeimpft doppelt geimpft geboostert das sind Tatsachen das sind Fakten könnt ihr euch anschauen und lest euch vielleicht mal auch den ganzen Wochenbericht durch denn es schaut bei allen ja eigentlich bei allen Tabellen von dem Robert-Koch-Institut so aus und auch wenn man sagt ja aber die versterben mehr die ungeimpften seht ihr unten verstorbene symptomatische Covid-19 Fälle da haben wir insgesamt 21 ja 21 Sterbefälle bei den über 60-Jährigen oder 60-Jährigen und älter davon sind 8 ungeimpft 9 grundimmunisiert und 4 mit Auffrischungsimpfung also doppelt geimpft so dann bei der 18- bis 59-Jährigen haben wir 2 verstorbene symptomatische Covid-19 Fälle davon ist kein ungeimpfter gestorben aber es ist ein grundimmunisierter gestorben und eine mit Auffrischungsimpfung et voilà es sind doch Fakten und genau darum geht es so nächstes falsche Berichterstattung entscheidet selber darüber ich möchte es euch heute mal ein bisschen aufzeigen eben jetzt sieht man hier die Welt hat schon wirklich jetzt in der Richtung mal so Gas gegeben was die Zahlen betrifft die haben ja das auch aufgedeckt im Dezember wir haben es natürlich Monate vorher gemeldet aber da hat es niemanden interessiert die Welt hat es aufgegriffen Bild hat es aufgerissen dann kam das so ein bisschen in den in den ja in die breite Masse jetzt bleibt natürlich die Welt auch da dran und sagt was ist jetzt schon wieder mit den neuen Zahlen stimmt schon wieder nicht und so weiter also auch hier Gott sei Dank geht es mal ein bisschen vorwärts und ich möchte auch mal aufzeigen eben wie dann Medien auch arbeiten und funktionieren das machen wir auch ab und zu denn der Herr Drosten hat dort angemahnt in der Pressekonferenz in der Bundespressekonferenz die Medien müssen helfen die Impfbereitschaft zu steigern man darf da nicht immer so negativ und kritisch über diese ganzen Geschichten ja berichten man muss da mehr in Linie ich dachte mir noch mehr aber gut und jetzt geht es eben um diese Berichterstattung hier im Merkur Corona-Impfung bei Kindern das müssen Eltern jetzt wissen aktueller Artikel 14.1.2022 17.10 und ich frage euch jetzt falsche Berichterstattung entscheidet eben selber und wir schauen uns den Artikel an die Nachfrage nach Corona-Impfungen für Kinder nimmt in Deutschland zu vor dem Gang zum Impfzentrum müssen Eltern jedoch einiges beachten um nicht abgewiesen zu werden die hoch ansteckende Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich weiter rasend schnell in Deutschland aus Robert Koch Institut mit in seinem aktuellen Wochenbericht dass 73% der bundesweiten Neuinfektionen auf die zuerst in Südafrika entdeckte Corona-Mutation zurückgehen gleichzeitig läuft die Booster-Impfkampagne der Bundesregierung auf Hochtouren 72,5% der Deutschen sind mittlerweile vollständig geimpft 45,9% und so weiter so können wir uns sparen in einigen Bundesländern liege die Impfquote in der Altersgruppe zwischen 5 und 11 Jahren bereits bei über 12% Einleitung von dem Artikel im Merkur Corona-Impfung bei Kindern das müssen Eltern jetzt wissen seit Dezember 2021 werden in den Impfzentren auf Achtung ganz wichtig Empfehlung des RKI Kinder zwischen 5 und 11 Jahren geimpft für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren sprach die ständige Impfkommission am Donnerstag eine Booster-Empfehlung aus Eltern die ihre Kinder gegen das Coronavirus impfen lassen wollen müssen allerdings einige Dinge beachten wer sein Kind immunisieren lassen möchte kann sich an den Kinderarzt an ein Impfzentrum oder ein mobiles Impfteam erwenden dabei gibt es jedoch Ausnahmen denn nicht jede Impfstelle in Deutschland impft Kinder es empfiehlt sich aber es empfiehlt sich daher im Vorfeld zu überprüfen welche Impfstelle überhaupt in Frage kommt hier spricht man davon Empfehlung des RKI bitte gut merken nächste Corona-Impfung für Kinder so läuft sie ab dann tut man das noch schön beschreiben städtische Impfzentren haben in der Regel gesonderte Standorte für die Impfung von Kindern eingerichtet an denen die Impfung von Kinderärzten übernommen werden überhaupt ist es sinnvoll sich zunächst direkt an den eigenen Kinderarzt zu wenden um dabei alle wichtigen Fragen zu klären darunter auch ob die Impfung sogar direkt in der bekannten Umgebung der Arztpraxis verabreicht werden kann Impfung nicht ohne Ausweisdokument bei der Corona-Impfung für Kinder müssen einige Formalitäten beachtet werden ohne ein aktuelles gültiges Ausweisdokument des Kindes wird nicht geimpft welche Dokumente das sind sehen Sie hier beschreibt mir das noch schön also jetzt jeder der das liest der ich sag mal Mainstream-Medien verfolgt sagt okay hey das die STIKO-RKI hat das alles empfohlen jetzt gehen wir mit dem Kind los das brauchen wir ums Impfen zu lassen der ist noch voll auf Linie vor der Impfung müssen die Erziehungsberechtigten außerdem einen Anamnesebogen und eine Einwilligungserklärung ausfüllen und unterschreiben darin werden unter anderem Angaben zu möglichen Vorerkrankungen des Kindes oder Einnahme vor Medikamenten erfasst die Dokumente erhält man direkt beim Kinderarzt oder im Impfzentrum dabei ist es noch einmal möglich ein persönliches Aufklärungsgespräch mit dem Arzt zu führen um etwaige Bedenken auszuräumen wichtig sind den Mitarbeitern der Impfzentren und den Kinderärzten vor allem drei Angaben auf deren Basis entschieden wird ob das Kind geimpft wird oder nicht jetzt sind wir gespannt wie alt ist das Kind die Impfzentren impfen seit Dezember 2021 Achtung nach der Empfehlung des RKI alle Kinder zwischen fünf und elf Jahren vor allem diejenigen die unter Vorerkrankung leiden auf individuellen Wunsch erhalten nach entsprechenden Einwilligung der Eltern aber auch Kinder ohne Vorerkrankung eine Impfdosis und zwar bevorzugt beim Kinderarzt die Zweitimpfung erfolgt nach mindestens drei Monaten ebenfalls dort Kinder unter fünf Jahren werden dagegen grundsätzlich nicht geimpft hier spricht man wieder nach Empfehlung des RKI liegen Vorerkrankungen vor das klärt man dann noch ab ist das Kind bereits von einer Infektion mit dem Coronavirus genesen ist das der Fall gibt es eine klare Regel Kinder mit Vorerkrankungen werden trotzdem geimpft Kinder ohne Vorerkrankung sollten laut Empfehlung des RKI in der Regel vorerst nicht geimpft werden wer dennoch zwingend darauf besteht sein Kind impfen zu lassen muss sich an seinen Kinderarzt wenden und den Fall individuell besprechen das geht wenn darum wenn das Kind nach dem also wenn es Corona hatte und genesen ist es geht nicht um allgemein so Kinder und Jugendliche erhalten ausschließlich den Impfstoff von Biontech Pfizer jetzt noch mal Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren erhalten 10 Mikrogramm des Wirkstoffs Combinati von Biontech Pfizer Kappenfarbe der Ampulle ist in diesem Fall Orange für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren gilt die Impfdosis erhält 30 Mikrogramm des Wirkstoffs der Deckel der Ampulle ist Violett Erst-, Zweit- oder Genesungsimpfungen sind im Impfzentrum möglich bei der Genesung oder Zweitimpfung gilt auch bei dieser Altersgruppe eine Frist von 3 Monaten Eltern sollen sich für ihre Kinder deshalb frühestens 90 Tage nach der ersten Impfung oder Genesung von einer Infektion um einen Impftermin bemühen das ist der Artikel im Merkur und jetzt kommt aber die Auflösung aktuell auf der Seite Robert-Koch-Institut Schrägstrich Stiko was empfehlen die denn wirklich wissenschaftliche Begründung der Stiko zur Empfehlung der Impfung gegen Covid-19 bei Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren Stand 6. Januar seitdem wurde es nicht mehr verändert dieser Artikel wurde am 17.12. vorab veröffentlicht und dann nochmal kurz abgeändert so der Covid-19 mRNA Impfstoff Community ist in Europa seit dem 25.11.2021 mit einer reduzierten Impfstoffdosis für die Impfung gegen Covid-19 von Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren durch die EMA zugelassen Wie das epidemiologische Bulleter 1.20.22 ausführt besteht nach sorgfältiger Analyse der verfügbaren Daten auch aus der aktuellen vierten Infektionswelle nach Ansicht der STIKO derzeit für Kinder ohne Vorerkrankungen im Alter von 5 bis 11 Jahren nur ein geringes Risiko für eine schwere Covid-19 Erkrankung Hospitalisierung und Intensivbehandlung Nach abschließender Risikonutzenabwägung hat die STIKO daher zum jetzigen Zeitpunkt entschieden vorerst lediglich eine Indikations Impfempfehlung und keine allgemeine Covid-19 Impfempfehlung für 5 bis 11 Jährige auszusprechen Punkt Mehr sage ich dazu nicht Keine allgemeine Impfempfehlung Tja geht es aus diesem Bericht im Merkur hervor macht euch euren Gedanken drüber Tja das war es für heute ganz wichtig noch Zeichen setzen weiter geht es auch jetzt ist wichtig heute ein bisschen länger aber man hat ja Zeit am Wochenende so ein bisschen durchzugucken ihr könnt euch auch eure eigenen Button kreieren macht Vorschläge schickt sie uns per E-Mail und setzt auch weiterhin ein Zeichen free to media gmx.de ganz wichtig so jetzt ab ins Wochenende es reicht für diese Woche schau mal ich flimmer schon tja verrückte Woche und es bleibt und wird noch verrückter aber ihr seht hier mal wie eben Medien das Ganze die ganze Zeit mitsteuern natürlich ist uns das bewusst aber man muss es immer wieder mal auch ja hervorheben damit es auch andere Menschen langsam merken man kann nicht in einem Artikel von einer Empfehlung uneingeschränkter Empfehlung sprechen wenn das überhaupt nicht der Fall ist das ist schlichtweg falsch das ist eine falsche Berichterstattung und es wird jetzt Zeit dass immer mehr hier Journalisten aufwachen so wie der Kollege eben von der Welt da geht es langsam mal in ein bisschen in die Richtung wir hoffen es bleibt dabei und wir hoffen dass er auch länger noch bei der Welt beschäftigt ist da gab es ja schon andere die plötzlich nicht mehr dabei waren aber es ist eben wichtig hier weiter raus zu gehen und weiter diese Informationen raus in die Welt zu schicken deswegen teilt liked kommentiert die Filme natürlich immer versachlich und konstruktiv wenn ihr Anregungen habt schickt uns eine E-Mail an freetoothmedia at gmx.de und für alle Neuen die bei uns jetzt gelandet sind schön dass ihr da seid ich hoffe euch gefällt das Format freetoothmedia wir recherchieren wir fragen nach wir gucken auch dahinter fassen das Ganze zusammen und schauen es uns aus einem anderen Blickwinkel mal an und ja das ist ganz wichtig damit sich eben jeder da draußen seine eigene Meinung bilden kann und das kann man am besten wenn man eben alle Informationen und zwar von allen Seiten hat und wie man aber immer wieder feststellen auch der Kollege von der Welt man möchte nicht unbedingt transparente Zahlen veröffentlichen so dass man selber als Mensch als Bürger oder als Bürgerin sich seine Gedanken machen kann und diese Zahlen einordnen das will man nicht und da fragt man sich halt warum und das fragen wir uns ja schon seit ganz ganz langer Zeit so jetzt genießt euer Wochenende damit es klappt natürlich wie immer mein Rat Radio Fernseh aus geht raus trefft euch mit Menschen die euch gut tun und meidet diejenigen die euch nicht gut tun es ist wieder ganz viel los am Wochenende habe ich gelesen ganz viele Veranstaltungen am Wochenende manche sind verboten worden manche haben besonders extreme Auflagen wie FFP2 Maskenpflicht dann hat ein Verwaltungsgericht zum Beispiel eine so eine Allgemeinverfügung die den Spaziergang einfach verboten hat gekippt das war für den Spaziergang glaube ich in Bad Mergentheim also ihr seht auch hier ein Verwaltungsgericht sagt hey das kann man nicht einfach so pauschal mit einer Allgemeinverfügung verbieten und Hamburg verbietet es einfach also hier seht man schon wieder wie das Ganze ausgelegt wird je nachdem wo es ist aber wenn ihr draußen unterwegs seid passt auf euch auf dass hier alles gut läuft und vor allem bleibt friedlich bleibt in der Mitte lasst euch da nicht in irgendeine Ecke stellen denn ihr wisst ja das machen sie ganz gerne also von daher wenn ihr draußen seid holt euch Kraft holt euch Energie tauscht euch aus und genießt es einfach auch ein bisschen wir sehen uns natürlich hier wieder am Montag bei Free Truth Media und jetzt mein Gedanke zum Schluss hey ihr seht es kommt Bewegung rein es kommt Bewegung ins Spiel und wir müssen jetzt einfach dranbleiben dass man hier immer wieder neue Zahlen und neue Fakten aufdeckt verteilt so dass sich wirklich immer mehr Menschen da draußen sich ihre Gedanken machen und sagen auch wenn sie bis jetzt das noch nicht so analysiert oder mitbekommen haben jetzt anfangen nachzudenken rein zu gucken wie kann man denn jetzt einfach Inzidenzen wieder runterschrauben Mama sagt jetzt ist mal wieder nicht wichtig wie kann man eine Krankenhausampel abnehmen oder wegnehmen wenn sie jetzt eigentlich auf grün wäre warum sind das so ja warum macht man das alle so das ist jetzt unser Ziel hier noch mehr aufzuklären noch mehr Gas zu geben und wir bleiben auf alle Fälle hier dran ich kann es nur jeden Tag wiederholen wir bleiben dran auch wenn es wirklich schwierig ist viel Kraft kostet aber es ist es auf alle Fälle wert denn ich denke da wird sich die nächste Zeit noch ganz 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 viel tun in diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen danke an alle die VTUV Media unterstützen ihr seid super wenn auch du uns unterstützen willst in der Kanalinfo bei YouTube oder Odyssee da findet man alles wie das möglich ist kommt in die Telegram Gruppe tauscht euch aus informiert euch jetzt ab ins Wochenende ich freue mich drauf auch ein bisschen runter zu kommen mal schauen wo es mich am Wochenende so hin verschlägt macht die Glocke an wenn was wichtig ist wisst ihr doch kommen wir live und ansonsten reicht es dann auch am Montag wieder hier beim gewohnten Format passt auf euch auf bleibt gesund und vor allem wie immer an dieser Stelle bleibt in der Mitte wir sind viele wir werden immer mehr verspreche ich euch und ihr merkt es doch selber auch also bis Montag danke fürs Zuschauen euer Dirk und ihr merkt es doch